Musik Stefan, du hast den Zeichen schon jetzt aus, und wir schauen, wie der andere Akku kommt. Geh, Stefan, fang mal wieder runter. Warte, geh her. Was du noch brauchst? Dann geh schon, hübsch, flieg auf nach hinten. Dann geh schon, hübsch, fang mal wieder runter. Jetzt werden wir angefangen. Ist das genug so? Lass das? Nein. Du musst hier einmal. Du schraubst nicht. Du musst nicht schalten, den Steirer. Nein. Du musst nicht so weit vorfliegen, den ziehst du immer noch. Stefan, gib mir ein Trim der Steirung. Trim der Steirung. Du musst nicht schalten, der Sie ein Trim der Steirung. Das geht. Das ist wie ich hier. Wenn Sie ja jetzt hier machen. Wenn Sie wieder da sind, natürlich nicht hier. Ja, ich würde noch ein Trim der Steirung. Ja, ich würde sie alle sagen. Wenn Sie in der Steirung zurückkommen. Es wird die Steirung. Und Sie sind zurückgegeben. Musik 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 Stefan, Geier, hier vorne! Recht! So! Geh bitte, mach den Schal! Du wirst ganz früh! Nö, der haut schon! Schön, geil! Du musst ja verkehren. Du, der ist nicht so weit weg. Probieren wir uns nicht. Das ist nicht so weit weg. Jetzt gibt es noch nicht mehr. Oh ja. Nein. Probieren wir uns nicht mehr. Probieren wir uns nicht mehr. Ja. Haken wir ab. Das ist nicht gereinigt. Das ist nicht gereinigt. Das ist nicht gereinigt. Das ist nicht gereinigt. Die Statsache wird nur ganz klein. Ja, das ist nicht gereinigt. Das ist nicht gereinigt. Da wird es nicht gereinigt. Renni, schau her. Schau, da geht es nicht. Was ist denn da für den Urlaub? Das macht es mal. Das funktioniert. Also, du bist mit dem Motor einstellen aus. Der 2-Stelle-Flieger. Geh, geh, geh. Du bist ja dran, komm. Lauf, schnell, oder? Gut, schön. Gut, schön, gut, schön, schön. odiesger. Musik 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 Schüsse ich es. Du, du kriegst Luft mit der Tankbettler. Tankbettler. Jetzt passt der Fuß aus. Das wäre ja schon, wenn der funktionieren würde. Auf dem wäre die ganz geil. Ich packe raus mit der Ober. Hup, hap, hap. Hup, hap. Hup, hap. Warum weinst du jetzt? Ich bleibe nicht, ich habe einen Schiebäum. Oh, das ist so lang. Ich bleibe nicht, ich habe einen Schiebäum. Hey, oi. Ich bleibe nicht, ich habe einen Schiebäum. Schiebäum. das war schön. Auk, Cornelia. Das ist gut, Herr. Ist das der? Der ist aber aus dem Teppler hier. Wie der Ehrfisch. Kann ich doch nicht zuschauen. Was, dass ich wieder ein Schwerpunkt für diese Fülle lenke? Ja, kann man sich nachher einstellen? Ja. Ich hab ja nicht gewusst, was tun wir jetzt damit. So, Dominic, geh weg jetzt. Geil. Aha. Ich bin geflogen und geflogen. Ich sag jetzt mal. Aha. Der Motor ist stark genug, oder? Ja, der ist sicher stark genug, ja. War stark, schmeißen! Auf mit dem Baby. Putzi, putzi, komm, putzi. Der muss flolen. Also beim starken Nichts in Höhen, oder? Okay, probieren wir ihn auch mal. Ja. Jawoll! Super! Kannst du ja schneller gehen, ich frage? Was ist das? Der Ausbruch wird nicht aufschlagen. Ja. Ja. Auf dem Propollo hängen darfst du nicht. Geht sie noch herum, die Ausbäder? Nein. Nein, nicht mehr so. Nein. Langsam. Ja. Ja. Du sollst weitlaufen. Oh mein. Da vorne geht's toll runter. Ja. Schau, da steigt er noch mehr auf. Was weiter ist? Irgendwas weiter jetzt, gell? Ja. Geräuschmäßig. Ja. Wir haben da den Motor. Der ist nicht gescheit angepickt. Der Vibration von Plastik. Weil alles Plastik ist. Aber erst dann steuern, der Pfleger. Erst dann steuern. Das ist ein Heuschupfen. Da hast du nichts tun. Irgendwas gefürgt hat, Pfleger. Das ist ein Heuschupfen.